ja raus mit dir guten morgen freunde es geht wieder rein zu einem unfassbar schönen video ich habe die controller geschichte wieder ausgepackt und wir werden heute mit der superi und der holger 556 spielen natürlich auf rebirth island hier in warzone 3 ich zeige euch die klasse am ende des videos und ihr wisst ja ich spiele hauptsächlich maus und key pack aber zwischendurch sehr gerne mal den controller wieder aus um einfach auch mal wieder in den genuss der dunkle seite zu kommen ich würde mich natürlich sehr freuen wenn ihr ein like aufs video da lasst um einfach den kanal zu supporten und ein abonnt natürlich falls ihr neu seid und es sind zwei richtig schöne runden mit endgames natürlich auch dabei einfach wie ich jetzt die ersten runden mal wieder damit gespielt habe und packt euch auf jeden fall die klasse ein wenn ihr bock habt wenn ihr mehr sehen wollt davon schaut gerne mal im live stream vorbei einfach unten in der beschreibung vorbeischauen da bin ich jetzt auch natürlich live wir spielen auch das eldering dlc jetzt bald ab freitag freue mich schon sehr drauf und jetzt viel spaß mit den runden ich schleudere die gehen jetzt mal noch ein bisschen so durch die ja brauchst du auch kein tiktok movement machen bringt dir nichts bisschen mit controller schleudere ich die jetzt hier durch die lobby zum abschließenden abschluss und ansonsten freue mich auch auf allen ring bohr freitag dlc wird wird sehr nice on stream ja jetzt mit konzentration noch mal hier die lobby auseinander nehmen irgendwie schnell zum loadie kommen wäre schon krass dafür geht es auch hier runter weil da liegt immer viel geld das gefühl wenn ich den hallo ich gehe nach hier kriege dann habe ich gleich loadie ne heimel kann niemals vom boden aufheben das habe ich gelernt ah hier ist geld so ja diesmal hat es geklappt mit reinrutschen genau das wollte ich jetzt hat die wieder aufgesetzt ne das muss ich irgendwie mal umstellen so und kaufen 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 bevor alles teurer wird hey wer snipe denn da hallo hier oben ist der ne ok weil mein character sich wieder hinlegt mitgenommen zu peri und holger 556 jetzt mal wait kann man hier die zip ach da oben nehmen die kenne ich gar nicht und na ein bisschen weit weg nein nee 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 stopp wo ist er ich will die kurz nachladen ich wollte gerade sagen der wartet doch aber das ist geil das macht laune die camo habe ich übrigens müsste eigentlich jeder kriegen durch einfach spielen durchs event ne xp sammeln scheiße nein oh die gamer hier auch alle superi ist keine leichte lobby ok oh gott dreht sie auch noch puh es muss schon jeder schuss sitzen damit das klappt hier das ist ein gegner bro hallo was war das jetzt crack einfach noch ich versuche es noch ein bisschen ruhiger zu spielen baut es weg baut es weg ja gamer raus muss wirklich so schnell dann machen und die kills holen oh hier sind auch noch da einer da einer hey wo hockt der unten nein der eine sniper nervt und der geht wieder hoch ich hole mir den nein fenster also entweder sitzen sie hier ja irgendwo mit sniper und campen oder campen einfach so was anderes habe ich bisher nicht erlebt so ein bisschen geld sammeln und dann muss ich irgendwie schnell eine drohne finden nein 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 ja das ist geisteskrank mit der holger einfach nur konzentriert die kills machen das ist nice so ich muss mich gerade auch so konzentrieren wo meine einzige und dann will ich rutschen irgendwas ja big das sieht eigentlich ganz gut aus erstmal hier ran ah der zieht durch leider nein nein vielleicht soll ich land da wieder nein ich hätte es war so klar scheiße ich will nochmal mal gucken wie viele mitkommen ja 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 na schade hätte ich die weste nicht aufheben dürfen das war sogar der 25er also wer so gut spielt und Level 25 ist kann ja nicht legit sein so denke ich mir also wie also wie funktioniert das System da wisst ihr wie ich meine was ist das was ist das also habe ich aber auch schon instant gesehen oder was macht er da? man ich krieg keine deckung ist immer noch da, ok komm doch mal in Nahkampf, komm doch mal, oh das ist blöd, das ist blöd du kannst ja so riesiges Snipe werden dann hätte nicht perfekter laufen können wo ist er gelandet? es ist ein verschwitztes schützfest hier Ausbruchzeilen Rebirth, da findest du ein Clip dazu wie du immer Rebirth einspielen kannst die Lobbys sind aber dadurch auch ein bisschen ein bisschen tougher teilweise oh ja, den nehmen wir dankend an, oh das ist auch korrekt auch gern mit nehmen wir auch gern mit, hau rein dann wird hier nur mal reingeschützt, ich sehe das schon da hinten gehts gut ab ne stand gerade irgendwo hier komm, dann geh ich halt rein nein, in dem Moment Kugel trifft einfach nicht ok, ganz schnell wieder dahin schneller ich krieg die oh, ist das kacke nein, oh scheiße kann ich nochmal? ok dann doch Lodi, weil am Lodi war einer dachte mir schneller hin, aber ich werde schon im Fliegen wieder angesniped und alles ah, ist das scheiße ah, dass ich vergames, verkackt Kinder Pingree einfach bisschen verzockt so, maybe jetzt mal ein bisschen Glück ok, ich hab ne Smoke, das ist gut ah kriegen wir hin, oder? 2 hier oben wieder von allen Seiten, ne? ich würde so gern den einen da holen Sprung geht nicht, schade ähm heute keine Custom Lobby, ne wo ist er jetzt hin? es lag es lag ich kann das doch alles nicht im Gunfight werde ich wieder hin und her teleportiert immer nur in der falschen Situation ist das krank, ey ich bin doch neu mit Controller lass mich doch mal ein bisschen Spaß haben hier er schillt jetzt auch komplett ach ach du Kacke das ist das nice komm er dürfte mich eigentlich nicht hören, oder? nein, wo ist hin? hä? da hinten war grad einer aber ich hab hier noch Steps gehört einfach durchgezogen der ist ganz uneinfach Fire Sale is over kein Lodi mehr dieses Game wirklich ey gib mir doch bitte meine MP so, wo ist der hin? das ist doch ne Scheiße, wirklich ich muss ja wieder noch besser werden mit Controller wo ist der? wo ist der? ah, ist leider ganz woanders okay vielleicht kann ich ihn doch irgendwie abfangen noch ja, raus mit dir genau das ist das geil haben wir da ist einfach eingestiegen komm, machs langsam ganz entspannt okay lass ich mir eine bessere Pose holen das geht alles zu langsam hallo schneller jetzt okay 60 Meter und hier im Haus ich hab's gesehen oh, da sind ich zieh ja sowas einfach schon mal durch jetzt ist noch nicht der ist noch im Turm hier ist keiner ich bin erster hier ich hab nichts gesagt oh Gott nein ich bin ja eigentlich ganz gut warte kurz shit das wollte ich nicht komm langsam aber sicher okay er ist da drin ich komm nicht raus ich komm nicht raus nein, das war ja die dümmste Entscheidung aller Zeiten ach man alle vier so, dann noch schnell die Klasse auch wenn der Win nicht geklappt hat weil ich bin halt noch nicht so ganz wieder da mit Controller aber ich komm auf mein Level wieder ähm, hier hinten mit S10 Lordstock macht euch gerne ein Screenshot und bau euch das ganze so nach ist wirklich eine Top Klasse macht sehr sehr Bock und das ganze kombiniert mit der Superi hier mit dem Rescue Stock hinten man kann auch diesen, ähm, Jack drauf packen äh, das ist dann nochmal mehr movement speed im Visier ich find's so aber an sich ein bisschen geiler mehr Kontrolle hier geht's zum weiterschauen oder halt wie gesagt im Stream oder einfach in der Beschreibung mal vorbeischauen wenn ihr mehr sehen wollt gerne Instagram auch mal reinfolgen macht's gut haut rein und bis zum nächsten Mal Bye Bye